Musik Toni, Toni, aufwachen, du musst zur Schule. Ach, machen wir nur ein bisschen noch. Komm, wir müssen zur Schule. Heute ist Eltern-Sprechtag. Ach, Henrik. Hallo. Ich hoffe, in meinen Träumen rumzugeistern. Hallo. Ja, wir haben zu tun. Es ist soweit jetzt. Es ist schon dunkel. Es ist dunkel jetzt. Und gerade eben, es ist kein Monster. Also ich muss jetzt meine Wache nicht ausleben. Hier ist glücklicherweise gerade nicht ganz so viel jetzt los. Okay. Da hinten sind halt Viecher, aber durch das Feuer abgelenkt weg sind sie. Der Mond bewegt sich. Der Mond bewegt sich. Okay. Ja, weißt du noch, wie wir vorgehen jetzt? Nö. Also da ist das Dorf. Das ist aber uninteressant. Das müssen wir so ein bisschen umgehen durch den Sumpf. Deswegen sind wir hier. Okay. Und da hinten das Anwesen. Da sollen die Kisten voll sein. Also du weißt Bescheid. Und leise. Keine Fackel an. Keine lauten Geräusche. Vorsichtig. Ja. Vorsichtig. Du bist der Plumpe. Ja, Moment. Moment, Moment, Moment. Au. Du, 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 du. Wir müssen hier mal fließen. Du, 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 du. Du, du, du. Mensch, da sind doch nicht aufgewogen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich bin da mal so aufgeregt. Hast du deinen Knüppel auch richtig in einen? Ja. Soll ich mal testen? Au. Wow. Warum sitzen die Schafe im Sumpf? Das ist auch dumm. Dann saugt sich die ganze Wolle auch voll mit Wasser. Oh. Das muss ich hier. Ich hab jetzt vorsichtig. Okay. Vorsichtig. Ist auch überall hier voll mit Glas. Da müssen wir immer so ein bisschen geduckt gehen. Also Vorsicht. Okay. Okay. Boah. So. Siehst du irgendwen? Nee. Nee. Ich seh auch keinen. Ich glaub, die sind alle am Schlafen. Pssch. Au. Pssch. Pssch. Ah, so. Vorsichtig. So. Kommt auch kein Monster. Sehr gut. Ah. Moment, ist das hier. Ist das ein Wachschaf? Ich weiß es nicht. Wenn es dich beißt, weißt du Bescheid. Ah, es guckt schon so komisch. So. Siehst du wen? Nee. Gehen wir vorne rein, oder? Ich guck mal drumrum. Moment. Oder wie? Ja. Ja, ich guck mal drumrum. Moment. Ich guck auf der anderen Seite drumrum. Pum, 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 pum. Oh, oh. Da ist keiner am Schlaf. Ich sehe jetzt keinen Schlafzimmer. Ich sehe schon mal Kuchen. Sehr gut. Eine Bibliothek. Noch eine Bibliothek. Eine Million Monster. Ne. Sieht schlecht aus. Doch. Ah, da. Da ist ja was. Psst, psst. Ja, ja. Juhu. Sehr gut. Juhu. Kiggidi, kiggidi. Oh, ist die offen. Die ist offen. Oh, ist ja super. Muss ich noch nicht mal hier Dietrich-Aktionen machen. So, voll. Alles mitnehmen, was du kriegen kannst. Alles mitnehmen. Krass. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Krass, krass, krass. Alles mitnehmen. Guck. Guck, guck. Guck, guck. Was? Oh, ich guck mal rein. Ich habe alles schon rausgenommen. Achso, oh. Guck hier. Psst. Einen Apfel? Ja. Achso, oh. Nice. Nice. Oh, jetzt will ich auch was haben. Ich habe ja nur einen Knüppel. Henrik, hier. Henrik, Henrik, Henrik. Ich gebe dir das. Nice. Ups. Guck mal hier. Nice. Hier. Oh, ist schwer. Ja. Oh, Gott. Ganz schön schwer, der ganze Kram. Nimm du den Rest da. Den brauche ich nicht mehr. Also den brauche ich schon, aber das ist schon schwer. Ja, ja. Ja, ja, ja. In den Regalen irgendwas Gutes? Oder hoch noch nicht? Da noch nicht hoch. Okay, okay. Die Türen sind ganz schön laut. Ja. Das stimmt. Wenn wer kommt, ne? Knüppel. Alles Bescheid. Knüppel auf den Kopf. Ich habe eine Axt. Ich brauche keinen Knüppel. Oh, jetzt noch mal. Jetzt noch mal ein bisschen Schwamm und ein bisschen. Das ist auch. Das war ein bisschen Schwamm, klar. Die Tür kann man auch nicht leise aufmachen. Hier schläft keiner. Das ist schon mal schön. Nein. Ich kann nicht. Du stehst im Weg. Du bist so fett. Hier, nimm mal die in der Mitte. Hier ist noch... Oh, Scherter. Oh, Gold, 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 Gold. Diamanten und Silber. Das brauchen wir auch schon mal. Und dann draußen ist schon wieder ein Gräber. Ach du Scheiße. Oh, Mann. Warte mal. In der Mitte war noch ein Raum. Geh du mal nochmal in der Mitte. Ich gucke hier nochmal den Haupteingang. Das würde mich nicht wundern, wenn da auch ein Alarm abgeht. Meinst du? Ja, ja. Oh Gott, ist das viel Gold. Das ist alles meins. Und ein Schwert. Ja, geil. Oh. Und eine große Truhe auch noch. Oh, boin. Achtmal. Oh, es ist Essen. Essen und Heus. Oh, oh. Oh, ein Leuchterapfel. Henrik. Jawohl. Guck mal hier. Oh, Leuchterapfel. Oh, 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 oh. Goldene Äpfel. Nice. Wir haben ausgesorgt. Oh, hier ein Kuchen. Warte mal. Mom, 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 mom. Das wird keiner merken, wenn wir die angegessen haben. So, gehen wir nach oben? Oder meinst du, der schläft noch? Da oben. Ich gucke mal. Ach, es sind zwei Ebenen. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Noch einen Bogen und ein paar Pfeiler mitgenommen. Also wie ich das verstanden habe, ist das hier der Bürgermeister von dem kleinen Dörfchen. Und soll auch wohl, wenn ich das so sehe, vielleicht ein Zauber. Meinst du? Ja, könnte sein. So, gucken wir mal hier rüber. Gehst du da, dann gehe ich hier. Ja, 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 ja. Ah, nee. Nichts. Nichts drin. Vielleicht hinter dem Gemälde im Safe. Nichts. Oh, was ist los? Was macht zu ihm rüber? Hier ist nichts, gar nichts los. Oh, du hast ein Schlafzimmer. Du hast ein Schlafzimmer, da gehe ich jetzt lieber noch nicht hin. Das ist ein Schlafzimmer. Wir haben alles. Das alles. Ich gucke mal kurz hoch. Ach du, ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Oh, ich glaube, er hat was gefunden. Jawohl. Jawohl. Zubehör. Hendrik, hier sind Monsterkäfige. Und ich habe hier Goldnuggets und Zubehör und... Ach du Scheiße. Und Zauberstäbe. Und Milch. Alter, Vater. Weißt du was? Ich würde... Ich glaube, den Grüße... Das meiste Zeug ist aber unten nochmal in dem Schlafzimmer. Wenn wir leise sind. Hendrik, hier sind so Monsterkäfige drin. Das ist mir jetzt zu gruselig. Okay. Siehst du? Okay. Irgend so ein Schlabberkram. Okay. Ach du meine Güte. Meinst du, ich soll die mitnehmen? Ja, wenn du noch welche tragen kannst, dann nimm sie nochmal mit. Ich nehme jetzt Monsterkäfige. Oh, süchtig. Warte mal. Lass uns mal was riskieren. Komm, hier. Wir haben ja Knüppel in der Hand. Wir haben ja Knüppel in der Hand. Komm mal mit. Leise. Leise, leise, leise. Hier runter. Kommst du? Ja. Okay. Leider liegt wer. Ich glaube, da liegt wer unter der Decke. Warte mal. Ich gehe auf die linke Seite und du gehst auf die rechte Seite. Wir machen gleichzeitig die Türen auf. Und wenn was passiert, dann... Weiß ich noch nicht. Müssen wir was machen. Okay. Okay. So, eins. Zwei. Drei. Oh, nein. Henrik, Henrik. Henrik, lauf. Lauf. Die Tür vorne. Du hast zu Dynamite in der Hand. Die Tür vorne. Schnee, 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 Schnee. Schnee. Komm nicht hin. Ach du Scheiße. Henrik, komm. Schnee, komm. Lass mich vor, um Gottes Willen. Lass mich schnell vor. Schnee. Hey, Jutta, stehen bleiben. Lass mich hin. Schnee. Bleib stehen, die Halle unten. Keine Ahnung. Komm mit. Mach ein Ablegungsmanöver. Lauf. Mach ein Ablegungsmanöver. Lauf, 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 lauf. Henrik. Das arme Schwein. Wieder weg. Oh, mein Gott. Lauf. Lauf, lauf. Lauf. Oh, mein Gott. Ah!